Der Eko-Tal vom 22.01. war meiner Meinung nach nur eine langweilige Bankenwerbesendung. Kritischer Journalismus geht also anders. Aber jetzt zum Inhalt. Wir haben erfahren, dass der S&B-Präsident Jordan kein Interesse daran hat, den Bevölkerung den Zugang zu echtem Franken, also am Nationalbankengeld zu ermöglichen. Für uns, das Publikum, sei das Bankengeld ausreichend. Man muss aber wissen, dass die Banken heute untereinander nur mit echtem Franken, also am Nationalbankengeld, handeln. Niemand erwartet von Herrn Jordan, dass er den Ausbruch der nächsten Krise voraussagen kann. Aber uns weiterhin einfach auf Gedeih und Verderben der Banken auszuliefern, halte ich persönlich für fahrlässig. Wir von der Vollgeldinitiative stehen für Stabilität und Sicherheit. Das heutige Bankengeldsystem tut das nicht.